Die League A Saison 2022-2023 ist natürlich auch schon längst beendet, ich habe es aber zeitlich bis jetzt nicht hinbekommen, aber eben für alle anderen Ligen auch schon ein Team of the Season gemacht, deshalb jetzt als allerletztes noch eins zur League A, auch wenn ich ein bisschen hinten dran hänge zeitlich, aber ich hoffe ihr bleibt trotzdem dran. Und ich würde sagen wir starten direkt rein, ich spiele in einem 4-2-3-1 System, recht offensiv, aber das seht ihr ja gleich. Im Tor starte ich direkt mal rein und zwar mit dem Torhüter der Überraschungsmannschaft der Saison würde ich mal sagen, beziehungsweise Lors könnte man da noch nennen, aber was Clermont geschafft hat war auch überragend und deren Torhüter ist Maury Dion und der hat tatsächlich statistisch gesehen 10,5 Tore verhindert, was wirklich ein extrem starker Wert ist. Und deshalb für mich verdient hier drin, ist tatsächlich auch recht gut mit dem Ball am Fuß und echt eine der Entdeckungen der Saison. Ansonsten kann man hier noch Lecomte erwähnen, der nur in der Rückrunde bei Montpellier gespielt hat, aber einfach nur in der Rückrunde 9 Tore verhindert hat, was halt eigentlich hochgerechnet auf die Saison noch krasser wäre, aber ich habe ihn jetzt mal nicht genommen, weil er halt eben nur die Hälfte der Saison da war. Ansonsten kann man noch Diouf erwähnen von Stadras, wirklich einer der besten jungen Torhüter, vor allem was den Ball am Fuß angeht, ist da echt spielstark hinten raus. Donnarumma muss man auch erwähnen, weil der in der Liga wirklich überragende und teilweise auch Weltklasseparaden gezeigt hat, auch wenn er in der Champions League international nicht ganz so überzeugen konnte diese Saison. Und auch einen Briz Samba, muss man erwähnen, den Torhüter von Lohs. Mein rechter Verteidiger in der Viererkette ist jemand, der in seinem Team den rechten Innenverteidiger in einer Dreierkette gespielt hat, aber aufgrund seiner Spielweise schon so ein bisschen die Positionen eines rechten Verteidigers oftmals besetzt hat. Und zwar ist das Mbemba von Olympique Marseille wirklich defensiv war der stark, aber auch offensiv aus dem Spiel heraus oft rechts an der Grundlinie entlang oder im Halbraum in den 16er eingestartet. War so auch echt gefährlich und hat mir echt gefallen diese Saison. Alternativ kann man seinen Teamkollegen Jonathan Gloss erwähnen, der natürlich eher ein klassischer Wingback ist, aber auch einen Amari Traoré, Kapitän von Start Rennes gewesen, wechselt ja jetzt zu Real Sociedad. Rechter Innenverteidiger und da habe ich mich letztendlich für Axel Di Sassi entschieden, auch wenn Monaco nicht die überragendste Saison gespielt hat, war er echt immer stabil, gerade als rechter Innenverteidiger und ist ja jetzt auch zu Chelsea gewechselt. Honorable Mentions wären da Marquinhos, Gradie von Lohs oder ein Girotto von Nantes. Der linke Innenverteidiger ist bei mir ein Rechtsfuß, der normalerweise immer zentral in der Dreierkette gespielt hat und ich glaube jetzt kann man es sich schon denken und zwar ist das Kevin Danso vom RC Lohs und der war wirklich überragend, gerade in der Konterabsicherung. Defensiv war er überragend und deshalb verdient hier drin. Alternativ gäbe es da einen Luqueba, den ich fast genommen hätte von Lyon, der noch sehr jung ist, aber schon echt gut war. Oder im Gegenteil ein sehr alter Spieler mit Dante, der immer noch wirklich gute Leistungen für Nizza zeigt. Talbi war gut für Lorient, Abdelhamid für Stadras oder ein Nikolaisen für Toulouse kann man hier auch durchaus erwähnen. Der linke Verteidiger ist bei mir Facundo Medina. Der spielt normalerweise immer den linken Innenverteidiger in der Lohs Dreierkette. Also ja, ich cheate da so ein bisschen, aber eigentlich passt es auch, denn er ist auch ein Spieler, der im eigenen Ballbesitz oft mit nach vorne geht. Zwar eher zentral wie jetzt am Flügel, dennoch könnte er da durchaus spielen und ich bin einfach ein großer Fan von ihm, hat man glaube ich schon des Öfteren auf dem Kanal mitbekommen. Aber seine Leistungen haben es diese Saison auch gerechtfertigt, dass er hier mit reinkommt. Zudem kann man hier einen Caio Henrique erwähnen, als auch einen Talia Fico. Ich spiele wie gesagt in einem 4-2-3-1, aber mit zwei Achtern, also eher zwei offensiveren Spielern. Dennoch möchte ich hier noch ein paar Sechser erwähnen, die es letztendlich aber nicht reingeschafft haben. Und zwar ist das zum einen Samet von Lens, Borchement André von Lille, Tolisso von Lyon, Spierings von Toulouse, aber auch ein Lise Melou von Brest. Kommen wir also zu meinen Achtern und der erste ist direkt mal absolut gesetzt, da führt kein Weg vorbei. Und zwar ist es keiner von den Topklubs, aber einer vom Pokalsieger von Toulouse und zwar Branko van den Bomen. Der Mann ist wirklich ein Spätsünder, aber wenn man mal schaut in den Passstatistiken, ist er überall ganz vorne dabei. Generell laut Sofascore der drittbeste Spieler der Liga und der muss hier einfach drin sein, ist jetzt auch ablösefrei gewechselt zu Ajax. Also ja, da führt kein Weg dran vorbei. Und sein Partner auf der Acht ist tatsächlich sehr interessant, denn es ist ein 33-jähriger Spieler, den man schon noch kennt von früher und zwar Remy Cabella, der bei Lille nochmal eine überragende Saison gespielt hat. Mit insgesamt dann letztendlich sieben Toren und zehn Vorlagen. Laut den erwarteten Vorlagen hätten es sogar zwölf sein müssen. Also auch der hat wirklich kreatives Output vorne geliefert und deshalb muss der auch hier rein. Wenngleich es natürlich auch Alternativen gibt mit Seco, Fofana, Vertu, Rogier von Marseille, die zwei. Kakaré, Gassion, Lefe, Savanier und ja, gab es auf jeden Fall viel zur Auswahl. Aber Cabella und van den Bomen sind eigentlich gesetzt. Kommen wir direkt mal zu meinem Zehner. Da gibt es keine Alternativen und es ist Lionel Messi. Viel mehr will ich nicht zu sagen. Aber er hat einfach 29 Großchancen herausgespielt. 32 Scorer über die komplette Saison. Da führt einfach überhaupt kein Weg an ihm vorbei. War für mich der beste Spieler der Liga. Auch wenn man es oft nicht so auf dem Schirm hatte, weil er ein bisschen lustlos wirkt. Aber er hat einfach alles zerschossen und zerpasst in der Liga. Mein rechter Flügel kommt von Stadren und lautet auf den Namen Borchement Bourichaud. Der über den rechten Flügel meist kam, kann auch zentral spielen und ist wirklich ein wichtiger Kreativspieler für Rennes. Sieben Tore und zehn Vorlagen. Also mit ihm macht man da eigentlich nichts falsch. Man kann hier noch Sotoka erwähnen von Lors, auch Frankowski von Lors, Ito von Stadras oder ein Ludovic Blas von Nantes. Der linke Flügel ist auch absolut gesetzt, denn da habe ich jetzt mal Mbappé hingestellt. Und die Zahlen sprechen auch hier für sich. 29 Tore letztendlich, insgesamt 34 Scorer und damit der Top-Scorer der Liga. Also Mbappé muss hier rein, für mich auf den linken Flügel. Alternativ kann man noch Golovin von Monaco erwähnen. Und im Sturmzentrum ist eben wie gerade gemerkt nicht Mbappé, sondern für mich Alexandre Lacazette, der Rückkehrer zu Lyon. Der hat nämlich, wenn man schaut, tatsächlich auch 32 Scorer wie Messi. Zwar auch einige Elfmeter, dennoch muss man sagen, 27 Tore in 35 Spielen. Der muss hier einfach rein in die Mannschaft, auch wenn es auf der Stürmerposition so viel Konkurrenz wie nirgends gibt. Denn es gibt hier tatsächlich einige Stürmer, die ein bisschen über 20 Tore oder knapp darunter gemacht haben. Was mich tatsächlich echt überrascht hat bei einigen, wo ich es nicht so auf dem Schirm hatte. Und zwar haben wir da Jonathan David mit 24 Toren, auch einigen Elfmetern. Dennoch sollte man ihn erwähnen. Luis Openda, einen Balogun von Stadras. Habib Diallo auch mit 20 Toren. Visam Benjeta, Alexis Sanchez, Eljevahi von Montpellier. Ein Terremofi hat zwar gewechselt im Winter, aber war ja dennoch noch in der gleichen Liga. Und auch ein Gheton Laborde kann man hier erwähnen. Genauso wie Amin Guiri, der hat zwar nur 15 Tore, aber hat dafür auch 5 erwartete Vorlagen geliefert. Also auch da wirklich ein Spielsteiger, guter Stürmer. Und das war es tatsächlich. Das waren meine Honorable Mentions nochmal für den Sturm. Ansonsten war es das auch mit dem Team. Ich muss sagen, letztendlich bin ich wirklich sehr zufrieden mit meiner Auswahl. Gerade im Vergleich zu den anderen Top-Ligen. Weil ich habe jetzt jeweils 2 von den Top 2. Also 2 von PSG, 2 von Lors. Und dann je einen von der Top 8. Also wirklich einen von Platz 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und dann noch Van den Boomen von Toulouse. Die ja auch gleichzeitig Pokalsieger waren. Und Van den Boomen war halt auch in der Liga wirklich herausragend. Und deshalb wirklich von der Aufteilung eine sehr gute Mannschaft. Ging auch echt gut auf, was die individuelle Einzelleistung der Spieler betroffen hat. Ich würde sagen, das war es mit dem Video. Lasst mir gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren da. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.